Chat, ihr müsst folgendes wissen. Ich bin gerade thematisch da angelangt, weil einfach random, weißt du, ich habe mich gefreut, ich habe Geld verdient, da kamen Subs rein. Und Max-04, meine Laune, mit dem netten Kommentar, meinst du Schalke wechselt demnächst mal den Trainer? Ich weiß nicht, worauf das hier eine Anspielung sein soll. Ich weiß nicht, wo dieses Gerücht herkommen soll. Das war doch ein grandioser Auftritt und wir sind doch grandios in die Saison gestartet. Chat, ich sage euch ehrlich, lasst mich in Ruhe. Ich bin wirklich an dem, ich sage euch mal eine Sache jetzt. Ich will einfach nur noch in Ruhe gelassen werden. Ich kann das nicht mehr. Ohne Spaß, ich bin, was Schalke und diese Trainerdiskussion angeht, so ausgebrannt. Ich will, dass ihr mich mit dieser Scheiße in Ruhe lasst. Wenn der fliegt, dann ruft mich an und sagt mir Bescheid. Aber die Zeiten, wo ich hier irgendwie meinen Verein einmal auf links drehe und mich über alle Spiele ab... Ich sage GG's an Karlsruhe, die haben hochverdient gewonnen, die waren das deutlich bessere Team. Die haben uns über Phasen in dem Spiel nach Strich und Faden dahergespielt. Glückwunsch. Verdient gewonnen. Karlsruhe, die deutlich bessere Mannschaft gewesen. Wir haben keine Chance gehabt. GG's. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also das ist... Ja, also wisst ihr... Letztes Jahr konnte ich mich halt über Schalke aufregen, weil ich das Gefühl hatte, dass da sehr viele Leute rumgelaufen sind, die halt auch keinen Bock hatten. So. Die sind da rumgeschlürft über den Platz und das hat mich einfach aggressiv gemacht. Ich weiß nicht, wer das Spiel zwischen Karlsruhe und Schalke heute gesehen hat. Ich habe ja der Schalke-Mannschaft angesehen, dass die alles gegeben hat. Die haben gegrätscht, die haben gefeitet, die haben sich aufgeopfert, die haben gekämpft. Und wenn ich das sehe, dann rege ich mich auch nicht auf. Aber es ist halt bitter, dass man einfach erkennen muss, mehr können wir halt nicht. Also da fehlt uns einfach die Qualität. Das muss man einfach so sagen. Da fehlt uns einfach die Qualität. Also ich finde, in der Offensive geht es bei Schalke tatsächlich wirklich klar. Da hatte vor allem heute Kenan Karaman einen rabenschwarzen Tag, der einfach wirklich eine heftige Reihe von falschen Entscheidungen getroffen hat. Das war wirklich bitter. Aber vor allem, wenn ich mir überlege, dass ein Armin Younes mal irgendwann bei 100% sein wird, dass ein André Ajay irgendwann auch mal häufiger von Anfang an spielen wird, ich finde Silla gut, ich finde Karaman eigentlich gut. So, da sage ich, kann ich mir was drunter vorstellen. Aber unter der Defensive kann ich mir gar nichts vorstellen. Und deshalb sage ich auch, dass jeder, der jetzt Gerards raus sagt, ist ein ... und soll sich ... gehen. Jeder, und jetzt raste ich doch ein bisschen aus. Jeder, der sagt, dass Schalke den Trainer entlassen soll, soll seine ... ... halten. Wenn ihr das aus Meme sagt, weil ihr mit Schalke nichts zu tun habt, Digga, dann geht mit Gott und ich wünsche euch viel Erfolg, ja? Ich weiß das über meinen Verein. Seit fünf Jahren sich die ganze Welt das Maul zerreißt und sich alle darüber kaputt lachen. Bro, ich bin abgehärtet, macht weiter. Aber wer nach dem Spiel und dem Saisonstart jetzt wirklich schon wieder den Kopf vom Trainer fordert, ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Wir waren uns alle im Sommer einig, es gibt einen Umbruch, das wird Zeit dauern, wir werden nicht von Anfang an Erfolg haben, das sind junge Spieler, die Fehler machen. Wir werden nicht um den Aufstieg spielen, wir müssen eine junge Mannschaft entwickeln, das ist ein Projekt auf Langzeit. Und du sagst all das im Sommer. Und alle Fans, die du fragst, sagen, ja, den Weg möchte ich mitgehen. Und nach vier Spieltagen oder fünf Spieltagen ist dann wieder alles scheiße oder was? Und der Trainer ist daran schuld, dass unsere Abwehr, dass da vier Leute spielen, die acht unterschiedliche Sprachen sprechen und zwei Stück davon irgendwie im, ich glaube, 19 Jahre alt sind und gefühlt zehn Profispiele gemacht haben. Ja, was erwartet ihr denn? Ihr könnt mir doch nicht jedes Jahr, weißt ihr, das kippt mich so ab, jedes Jahr wird von Umbruch erzählt und wir müssen jetzt mit den jungen Leuten und dieses machen und jenes machen, aber wenn die dann auch nicht auf Knopfdruck funktionieren, dann ist wieder alles scheiße. Soll ich euch mal was sagen? Wegen solchen verlorenen Menschen wie euch, die jetzt den Trainer herausfordern, steckt der Verein unter anderem so heftig in der Scheiße, wie er es gerade steckt, wie er es gerade tut. Das war der Satz, den ich bilden wollte. Was soll jetzt hier passieren? Ja, wir waren nicht gut. Ja, Karlsruhe ist viel besser gewesen. Ja, aber Bro, ein junger Spieler, der 19 ist, der macht nicht einmal so. Der macht nicht einmal den hier. Ich persönlich finde, vor allem wenn du dir heute die Gegentore von Schalke anguckst, also I don't know, aber da kann Pep Guardiola an der Linie stehen, da kann Thomas Reis an der Linie spielen, da kann Karel Gerritsch an der Linie stehen, also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bleib dabei. Ich glaub, die Welt sieht schon deutlich besser aus, wenn Kalash wieder fit ist und vor allem, ich glaube, Schalke hat ein riesiges Problem damit. Ich mach ein bisschen Musik im Hintergrund an. Ich glaub, bei Schalke ist auch ein underrated Problem, dass Heulund fehlt, weil sowohl Karaman als auch Silla ist für mich keine 9. Wir brauchen unbedingt einen 9er da vorne drin, also einen richtigen Strafraumstürmer und da haben wir halt eigentlich leider nur Heulund und Remmert. Bei Remmert weiß man halt gar nicht, wie weit er schon irgendwie ist. Deshalb hoffe ich, dass Heulund wieder fit wird. Und ja, Kalash ist halt super wichtig, dass er da die Verteidigung zusammenhält. Aber so, guck mal, wisst ihr, was ich nicht verstehe und das fängt mich so heftig ab, ne? Wir verlieren zu Hause gegen Köln, okay? Wir verlieren gegen Köln und die Leute sagen, ja, das geht auch Gerritsch seine Kappe, warum stellt er denn Schallenberg in die Innenverteidigung? Warum vertraut er denn nicht da den jungen Leuten, wie Wasinski oder Sanchez? Ja, weil die noch nicht so weit sind, das hast du doch heute gesehen und daran ist jetzt Gerritsch auch schuld, oder was? Jetzt hat er sie heute spielen lassen und daran ist Gerritsch jetzt auch schuld. Ne, er hätte wahrscheinlich wieder Schallenberg in die Ivo stellen sollen, oder was? Digga, dieses Gelaber, ich kann dieses dumme Gelaber nicht hören, wenn da wirklich ein Trainer steht und der mir wirklich vermittelt, dass er gar keine spielerische Idee mit dieser Mannschaft hat, dann würde ich das ja verstehen, aber de facto haben wir genau das gemacht im Sommer, was wir angekündigt haben. Eine junge Mannschaft zusammengeformt, die nicht von heute auf morgen funktionieren wird. Und ja, ich persönlich hätte mir auch erhofft, dass wir vielleicht aus den ersten fünf Spielen mehr als vier Punkte haben. Ja, da brauchen wir gar nicht schönreden, die Ausbeute ist ernüchternd. Aber es kann doch nicht sein, und das nervt mich so sehr, dass wir jetzt jedes Mal, nur weil wir vor fünf Jahren noch erfolgreich in der Bundesliga gespielt haben, nach drei Niederlagen, immer direkt die Leute mit der Glocke durchs Dorf jagen und irgendwie die Schalke-Apokalypse ausrufen. Digga, wir sind ein mittelklassiger Zweitliga-Verein und das ist Fakt. Und damit muss man sich anfreunden. Und wenn man sich damit nicht anfreunden kann, dann hat man eine Option und das ist auf Social Media seinen Maul zu halten. Weil Digga, nur weil du denkst, dass Schalke noch den Anspruch haben sollte, also oder die Qualitäten hat, irgendwas in der ersten Bundesliga zu reißen, musst du nicht jedes Mal nach jeder Niederlage den Trainer seinen Kopf fordern. Ja, wir haben heute in Karlsruhe verloren. Ja, wir waren heute in Karlsruhe die deutlich schlechtere Mannschaft. Aber ich habe jetzt nicht ein Team gesehen, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die in der Konstellation, in der Saison mal Spiele gewinnen. Bro, da ist ein Musa Silla, der hat vorher zweite französische Liga gespielt. Der ist talentiert, definitiv. Aber der ist halt seit vier Wochen in Deutschland. In der Innenverteidigung ist ein Wasinski, der ist jung und der ist talentiert und der ist fehleranfällig, aber der ist halt seit vier Wochen in Deutschland. Daneben steht ein Sanchez, der ist Argentinier, der ist 19 Jahre alt, der macht Fehler und der ist, guess what, ja seit vier Wochen in Deutschland. Die haben sich nicht akklimatisiert, die sprechen noch nicht die Sprache und die kommen da hin und die Leute empfangen die mit offenen Armen und sagen, ach kommt her, ach schön, eine junge Mannschaft, ich gebe euch Zeit, dass ihr euch entwickelt. Und vier Wochen später ist alles scheiße oder was? Ich verstehe es nicht. Ich bin so müde davon. Ich bin so müde davon. Sei sauer wegen dem Spiel, auf jeden Fall, bin ich doch auch. Ich bin auch sauer nach dem Spiel. Vor allem das erste Gegentor, Gantenbein sieht so aus, als hätte er in seinem Leben noch nie was mit Fußball zu tun gehabt. Aber immer dieses intuitive Ausprinzip, sich auf den Trainer einzuschießen, ich sehe es nicht, Alter. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht und ich finde es zu leicht gedacht und mich nervt es halt einfach, dass Leute im Fußball, also jetzt auf meinen Verein bezogen, auf Schalke bezogen, die Leute vergessen wirklich alle drei, vier, fünf Wochen kollektiv, was sie vorher noch gesammelt haben. Dann sag doch nicht im Sommer, ich gebe den jungen Leuten die Chance, sich zu beweisen, dass wir hier in zwei, drei Jahren was aufbauen und dann mit einer guten Achse vielleicht nächstes Jahr mal angreifen. Das ist eine Entwicklungssaison und wenn du nach vier Spielen nicht zehn Punkte hast und ohne den Aufstieg mitspielst, dann ist halt wieder alles scheiße. Das System sollte mal bleiben. Am liebsten würde er Dreierkette spielen. Warum macht er das nicht? Du hast Donko, der wohl ein zu langes Glied hat. Er hat 15 Minuten Spielzeit bis jetzt gespielt. Ja, aber was soll der denn tun, Digga? Hört doch auf, immer diese Scheiße zu labern. Erst ist es kacke, dass der Schallenberg in die Innenverteidigung zieht. Dann soll der die jungen Innenverteidiger spielen lassen. Die machen es dann auch nicht und dann willst du den Trainer entlassen und dann fragst du dich, warum der keine Dreierkette spielt. Mit wem willst du denn Dreierkette spielen? Wir haben vier Innenverteidiger, einer ist verletzt und alle anderen sind scheiße. Mit wem willst du der Innenverteidiger spielen? Mit Kaminski und zwei 19-Jährigen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Was soll sich ändern? Stell da Pep Guardiola hin und sag mir, was sich ändern soll, wenn die Innenverteidigung einfach noch nicht auf Profi-Niveau angekommen ist? Das ist nicht wie FIFA-Karrieremodus, wo du zwei 18-Jährige nebeneinander stellst und weißt, ja, ja, die entwickeln sich in der Saison um sechs Gesamtpunkte und dann sind die nächstes Jahr besser. Nein, du brauchst einen Abwehrchef, du brauchst jemanden, der die jungen Leute führt. Die sind vier Verteidiger, die sprechen fünf unterschiedliche Sprachen. Sanchez und Wasinski gucken sich gegenseitig an und wissen gar nicht, was los ist. Was denkt ihr, was passiert? Wirklich, das macht mich so sauer. Wir können doch über all das, Chat, über all das, wenn sich da wirklich nichts weiterentwickelt, okay? Wenn sich da wirklich nichts weiterentwickelt, dann können wir gerne am 10., am 15. Spieltag darüber sprechen. Können wir alles gerne machen, aber doch nicht am 5. Spieltag, wo uns de facto der wichtigste Abwehrspieler fehlt, der zweite Innenverteidiger, der so zumindest so ein bisschen Sicherheit ausstrahlt. Mit Cissé fällt auch aus und dann wunderst du dich, dass deine 19-jährige Innenverteidigung nicht auf dem Level ist und forderst den Kopf vom Trainer? Sag mal, seid ihr dumm? Äh, wirklich. Ich, ich, ich check das wirklich nicht. Ich check das wirklich nicht, Alter. Mich regen die Fans, die den Gerads raushaben wollen, regen mich mehr auf, als die Mannschaft, die heute dieses Spiel verloren hat. Sag ich euch so, wie es ist. Digga, ohne Flachs. Ich hab mittlerweile das Gefühl, ich bin so fertig mit Schalke, ich hab das Gefühl, dieser Verein ist unheilbar. Der, der Verein ist unheilbar. Wirklich. Ist unheilbar. Den kriegst du nicht mehr geheilt. Wenn du eine Sofortlösung machst, wenn du eine Sofortlösung machst, dann sagen die Leute, ah nee, Sofortlösung ist scheiße, wir wollen langfristig was aufbauen, wir brauchen einen Umbruch, wir brauchen junge Leute. Wenn du junge Leute holst und einen Umbruch machst und sagst, ich will langfristig was aufbauen, beschweren die Leute sich nach dem fünften Spieltag, warum du nicht instant um Aufstieg mitspielst. Das ist, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich muss es vielleicht nochmal einmal hier in den Kontext bringen, aber ich fand es halt legit nicht so schlimm. Ich fand es jetzt legit heute nicht so schlimm. Also es war kein gutes Spiel, aber, keine Ahnung, Karlsruhe ist auch keine Gurkentruppe momentan. Nee, Karlsruhe ist eine gute Wahl. Ich muss das jetzt alles so, aber ich glaube, also, ich glaube, man versteht schon, was ich meine, oder? Also, jetzt mal im Ernst, also ich möchte nicht irgendwie die Niederlage hier gut reden oder sonst irgendwas. Also wir waren heute schon echt schlecht, nur mir geht halt, wisst ihr, was mir so ein bisschen auf den Sack geht und dann habe ich es vielleicht richtig erklärt, sich über die Niederlage aufzuregen und zu sagen, das Spiel war schlecht und es ist schade zu sehen, dass wir so viel schlechter als eine Mannschaft wie Karlsruhe gerade sind. Das ist ja alles gut und auch dann sowas zu sagen wie, oh Mann, ey, weißt du, die ersten beiden Spiele sahen so gut aus. Ich hatte irgendwie echt gedacht, dass wir weiter oben mitspielen. So alles gut, das ist ja alles so begründet. Da immer so eine Panik rauszumachen, ey, keine Ahnung. Aber vorne geht ja auch nichts, da stehen nicht zwei 19-Jährige. Vorne geht nichts bei Schalke. Sage ich gar nicht so. Also es war heute das erste Zweitligaspiel in dieser Saison am fünften Spieltag, wo wir keinen Treffer erzielt haben. Wir haben jetzt in fünf Zweitligaspielen neun Tore gemacht. Wüsste ich jetzt nicht, dass in unserer Offensive gar nichts geht. Karaman hatte heute einen absoluten beschissenen Tag. Der hat heute alleine die Kopfball-Situation. Den bringt er normalerweise deutlich gefährlicher aufs Tor. Das sind halt alles so Sachen. Die bringt es dann halt auch nicht, also das bringt dann auch nicht, das Tod zu analysieren. Und Karaman ist dadurch kein schlechter Spieler. Manchmal ist es so salopp gesagt, der hat heute Scheiße am Fuß. Der kriegt einen Ball reingeschlagen, eine Freistoßflanke, der muss einfach nur den Kopf reinhalten. Und irgendwie springt der Ball dann so komisch auf den Kopf, dass er den mehr mit der Schulter als mit dem Kopf trifft. So, dann kannst du natürlich das jetzt auch wieder tot analysieren und sagen, der Karaman ist ein One-Season-Wonder und der hat eigentlich gar keine Qualität. Oder du sagst halt, ja, nee, heute lief halt einfach mal Scheiße. Karaman hat heute so gewirkt, als wäre er pisst auf die ganze Mannschaft von der Mimik und Geistrik. Ja, zu Recht auch. Haben ja auch Scheiße gespielt. Kann ich auch verstehen. Da hat ja wirklich einfach vieles nicht funktioniert. Die Mannschaft war ja heute nicht im Stande, mehr als drei Kontakte in den Ballbesitz zu bleiben, ohne den Ball dann langpölen zu müssen. Also, zu Recht. Da sind ja heute auch Fehler passiert, da wurden Lücken gerissen. Ich bleib dabei. Um die Offensive mache ich mir keine Sorgen. Die Offensive ist im Stande, für mich in jedem Spiel ein Tor zu machen. Also, selbst heute, ja, 0x Goals zur Halbzeit, aber ich finde, jetzt heute in Karlsruhe, das war jetzt kein Spiel, wo wir überhaupt nicht mal die Möglichkeit hatten, ein Tor zu machen. Also, das sehe ich halt einfach nicht so. Also, es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir uns da irgendwie eine hundertprozentige Torchance rausgespielt und wir hätten irgendwie Pech gehabt, dass wir keinen gemacht haben. Aber, also, ich finde schon, dass, dass jetzt, also, es war jetzt nicht nichts. Es war nicht gut, aber es war jetzt halt nicht nichts. Und ich finde auch, dass man jetzt das Spiel nicht als Blaupause nehmen kann, für alles, was wir davor gemacht haben. Deshalb, also, es ist halt, guck mal, darf es halt nicht vergessen, und das soll jetzt alles keine Ausrede sein, ne? Das soll jetzt alles keine Ausrede sein. Aber, mit Seguin und Kalas fehlen zwei unserer wichtigsten Spieler aus der letzten Saison. Und ja, dann musst du nicht aus den ersten fünf Spielen vier Punkte holen, aber das sind halt alles Faktoren. Das sind alles Faktoren. Und sie werden auf Schalke nicht mehr akzeptiert. Wir haben, wir sind fünf Spieltage in der Saison drin und mit Heulund, Kalas und Seguin fehlen potenziell drei Stammspieler. Und Leute nehmen es nicht mehr, nicht mal in ihre Bewertung der Situation auf, sondern sagen dann, blind Gerrits ist schuld. Weil der erst Scheinwerk in die Innenverteidigung stellt, dann stellt er den doch nicht in die Innenverteidigung, so, keine Ahnung. Aber wir haben nach dem fünften Spieltag vier Punkte. Ja, ist nicht gut, klar. Aber ich sehe es halt nicht da, den Kopf vom Trainer zu fordern. Also sehe ich halt einfach nicht. Also wie gesagt, das ist, ich fange jetzt an, mich zu wiederholen, aber du kannst nicht den ganzen Sommer sagen, wir holen 15 Leute und geben 15 ab, wir machen riesigen Umruf, wir holen junge Leute, gebt denen Zeit, das wird nicht von Spieltag eins direkt an funktionieren und dann funktioniert es nicht von Spieltag eins direkt und dann ist direkt wieder alles scheiße. Mindestens bis zur Winterpause sollte er bekommen. Also ich sage dir eins, ich glaube auch nicht, dass Gerrits fehlerfrei ist und für mich gab es auch in der letzten Saison schon Spiele, wo ich finde, dass Gerrits taktisch komische Ansätze gewählt hat. Dafür gab es, by the way, aber auch schon Spiele, wo er taktisch sehr gute Ansätze gewählt hat. Also ich würde dem ja mal mindestens bis zum zehnten Spieltag geben, um einfach mal zu gucken, wie wir da reingrooven. Also, keine Ahnung. War ein beschissenes Spiel, ich bin aber tatsächlich, ich weiß nicht. Für mich ist das ein Spiel, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wer das Spiel gesehen hat, ich würde halt einfach eher Karlsruhe loben, als Schalke kritisieren. Also ich finde, dass Karlsruhe einfach wirklich bockstark war und das kann man dann auch einfach mal anerkennen. Also ja, Schalke war nicht gut, ja, defensiv war da ein Hühnerhaufen, aber Karlsruhe hat so gut gespielt, die haben das einfach verdient gewonnen. Karlsruhe war richtig gut. Ziv Zivatze, Wannicek, die haben einfach auch zwei, drei Leute, die echt überqualifiziert für diese Liga sind. Einfach gut gespielt. Ich hoffe einfach, dass in der Geschichte Ben Manga und Gerads nicht noch die Fetzen fliegen. Ich kann das von außen gar nicht einschätzen. Aber ja, es ist halt leider so dieses, es ist halt so dieses Leid, es ist halt so dieses leidige Thema, ne. Es ist halt, wenn ein Sportdirektor kommt, der dafür verantwortlich ist, wie es sportlich in dem Verein läuft, ein Kaderplaner, wenn derjenige halt nicht seinen Trainer holen darf, ne. Beziehungsweise halt noch den alten Trainer von dem vorherigen hatte. Das ist meist, es ist eigentlich noch nie gut geendet. Kalasch ist ja nächste Woche wieder dabei anscheinend. Ja, Spiel gegen Darmstadt wird auf jeden Fall extremst wichtig, ne. Weil Darmstadt ist auch überhaupt nicht gut in die Saison gestartet. Das, das musst du gewinnen. Also Darmstadt ist jetzt schon so ein kleines erstes Endspiel. Wenn du das verlierst, dann ist die Scheiße schon mal richtig am Dampfen. Münster-Paderborn ist 3 zu 3 ausgegangen. Lol, das hab ich ja gar nicht mitbekommen. Wir kommen aber mit neuem Trainer zu euch. Darmstadt? Wen habt ihr eigentlich geholt? Und gegen wen spielten ihr jetzt? Gegen Braunschweig. Wen haben die denn geholt als Trainer? Kennt man den? Florian Kohfeldt! Was? Was? Ich wusste es nicht! Oh Gott! Du kannst dich vor allem abmelden. Wir werden gegen Darmstadt zu Hause verlieren und Kohfeldt wird uns auseinandernehmen. Und ach, du Kacke. Oh mein Gott, ich hab das nicht mitbekommen. Lol! Ich hab das nicht mitbekommen.